Der Soziale Dienst für Erwachsene vom Sozialen Wohnungsamt im Wilhelm-Höpfner-Ring 4 hat seit 1. Januar geänderte Öffnungszeiten. Sie erreichen die Mitarbeitenden dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr 30. Die Kontaktaufnahme kann auch telefonisch und ohne bestehenden Leistungsbezug unter der Rufnummer 0391 540 30 30 oder per E-Mail an soziale.arbeit.magdeburg.de erfolgen. Alle Standorte des Sozialen Dienstes und weitere Informationen sind im Internet unter der eingeblendeten Website verfügbar.